Herzlich Willkommen zu Single Couch 2019 hier am Straubinger Geilbahn-Folkfest. Ich habe jetzt einen Single und einen vergebenen. Jetzt schauen wir mal wer der vergeben ist und wer der Single ist. Bist du Single? Nein, leider nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Du hast praktisch eine hübsche Frau daheim. Ich habe eine hübsche Frau daheim, genau. Und ihr seid glücklich. Ihr seid sehr glücklich verheiratet. Super. Wer bist du und dann bist du ja praktisch mein Single? Sozusagen, ja das stimmt. Wie heißt du? Wo kommst du her? Ich bin der Tom und komme aus München, ursprünglich aus der Landzeit. Super. Tom, wie soll deine Traumfrau ausschauen? Ein Spätzchen von mir hat immer gesagt, sie muss lieb sein. Das heißt, laut seiner Definition zumindest, sie muss gut ausschauen und muss ein Geld haben. Das sind schon mal gute Werte. Mensch, wie alt bist du und was machst du beruflich? Ich bin 40, tatsächlich schon. Ah. Ja. Ehrlich wahr? Ja. Ah, 30. 30, oder? Ich bin Ingenieur. Wow. Mädels, ich glaube, wir haben schon mal einen Checkpoint gefunden. Also einen Ingenieur ist 40, schaut wie 30 aus. Aus München? Oh, leck, oh, leck. Was macht die als Person aus? Wenn du die beschreiben müsstest, wie kannst du die beschreiben? Ähm, wir beginnen. Sportlich, aktiv, unternehmenslustig. Ja, das stimmt schon. Sportlich, aktiv. Ja, jedes Wochenende ist sie ziemlich unterwegs irgendwo. Wie meinst du unterwegs? Sportlich unterwegs oder eher beim Vorken? Sowohl als auch natürlich. Aber letzte Woche war erst fünf Tage beim Wandern. Jetzt bin ich gerade aktuelle Fahrradtour und Schraublings Zwischenstation. Wenn du eine Freundin hast, ähm, was war dir wichtig, dass die mit dir mitmacht? Was sie mit mir mitmacht? Ja, genau. Also Hobbys zum Beispiel, dass sie mit dir wandert oder ladelt. Ja, ein bisschen einfacher, dass sie keine Stungglocke ist. Ah, ja. Dass sie auf jeden Fall immer raus möchte und, ähm, ja, ähm, grundsätzlich positiver Mensch ist. Jetzt muss ich noch was fragen. Was bringt die bei einer Frau zum Beben? Zum Leben? Nein, zum Beben. Beben, achso. Ähm, ja, jetzt ist es schwierig. Das muss man sehen. Gut. Also, liebe Traumfrauen da draußen, ihr kriegt hier einen sportlich aktiven Ingenieur aus München. Möchtet euch bei ihnen. Ich glaube, der ist nicht mehr lange am Markt, äh, weil hier das Umfeld da, wenn ich da hier unser Freiluftstudio anschaue, die, äh, die hupfern schon rundum. Also, Möchtet euch bei ihnen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.